In diesem Video zeige ich, wie man den pH-Wert des Bodens messen kann. Egal ob für das optimale Wachstum von Rasen oder Pflanzen, der pH-Wert der Erde hat einen wichtigen Einfluss darauf. Die Bestimmung des pH-Werts kann mit einem Schnelltest aus dem Baumarkt oder Gartencenter ziemlich einfach selbst durchgeführt werden. Ich verwende in diesem Video einen Neudorf pH-Bodentest. Den Test habe ich selbst gekauft und mit dem Hersteller habe ich nichts zu tun. Tabletten oder Teststreifen von anderen Herstellern sind sicherlich ähnlich gut. Dieses Set ist für bis zu 8 Tests geeignet. Im ersten Schritt müssen wir dafür eine oder mehrere Bodenproben entnehmen. Mit einem Spaten oder einer kleinen Schaufel kann ein kleines Loch gegraben werden und etwas Erde aus ca. 5 bis 10 cm Tiefe entnommen werden. Die Bodenprobe mischen wir und füllen sie in das dem Testset beiliegende Untersuchungsröhrchen. Ca. 1 cm hoch. Mehr ist nicht nötig. Die Höhe kann mit der auf der Verpackung abgedruckten Messskala überprüft werden. Im nächsten Schritt nehmen wir das ebenfalls beiliegende destillierte Wasser und füllen das Untersuchungsröhrchen damit auf, bis zu einer Höhe von 3,5 cm. Auch hier hilft wieder die Messskala auf der Verpackung. Wichtig ist hier tatsächlich destilliertes Wasser zu verwenden. Herkömmliches Leitungswasser kann das Testergebnis verfälschen. Als nächstes geben wir eine der Testtabletten in das Röhrchen und verschließen es mit dem Stopfen. Jetzt muss das Röhrchen etwa 2 bis 3 Minuten lang kräftig geschüttelt werden. Auch wenn sich die Tablette nach 3 Minuten noch nicht vollständig aufgelöst haben sollte, ist der Test aussagekräftig. Dann lassen wir das Röhrchen einen Augenblick stehen, bis es klar wird. Jetzt kann die Farbe am Röhrchen mit der Farbskala auf der Verpackung verglichen und der pH-Wert so abgelesen werden. In meinem Fall hat der Boden einen neutralen pH-Wert von 7. Je niedriger der Wert, desto saurer ist der Boden. Je höher der Wert ist, desto kalkhaltiger ist der Boden. Man spricht hier auch von alkalisch. Für Rasen ist ein pH-Wert zwischen 5,5 und 7 optimal. Bei einer Hecke oder einem Blumenbeet hängt der ideale Wert davon ab, was gepflanzt wurde. Ich hoffe, dieses Video hat euch in irgendeiner Form geholfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen!